das 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 wusste ich aber echt nicht ok strecken let's go hier geht's aus schön über den Brun natürlich wieder die Sachen nass machen besonders nass im Schritt damit es wieder so aussieht damit es nicht wieder so aussieht sondern damit es so aussieht als ob man sich vollgepinkelt hat das sieht doch nett aus das hört auch die ganzen Leute auf dem Begräbnis an besonders die Staunen habe ich recht alter ihr deshalb machten das doch immer ja fair also habt ihr es gehört und let's go auf um den Typen zu töten ich kann seinen Namen nicht aussprechen deshalb mache ich das einfach nicht und nenne ihn einfach nur ich denke mal ihr wisst wen ich damit meine dann wollen die 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 Popo wie ich noch nicht mal an den Vorbeigehen darf ach ich weiß wieso die kennen mich hier schon Templer Fahrt zur Hölle ich weiß noch ich hab dich damals gesehen wo ich noch nichts konnte wo ich nicht kontern konnte aber jetzt hab ich dich auch gefragt ok, einen von dir hab ich damals gesehen oh man wie die anderen alle nur daneben stehen lass mich los also so wie es ungefähr gleich auch aussehen nur mehr glaub ich und danach auch aber gut ich will euch ja nicht sagen was danach kommt denn das wird scheiß weil ich dann spoilern würde und ich will ja nicht spoilern und ich finde es auch gut dass keiner von euch in den Kommentaren gespoilert hat also also ziemlich geil wobei es haben auch nicht so viele geguckt aber aber das kann ich auch verstehen weil das kann ich auch verstehen weil Assassin's Creed ist echt ein König vielleicht kommen ja noch der ein oder andere Zuschauer dazu bei Assassin's Creed zumindest und bei anderen Spielen natürlich auch darüber würde ich mich sehr freuen aber gut jetzt versuchen wir mal weiter zu flüchten ich finde das immer so scheiße wenn die einen auf einmal verfolgen obwohl man im Prinzip nichts gemacht hat sondern nur neben dem hergegangen ist aber so blöd sind die ja nicht die merken sich ja leider das Gesicht von einem nachher naja kommt halt vor Alter ich war hier drin jetzt leck mich doch am Arsch das finde ich jetzt echt scheiße Alter ich weiß jetzt einfach von jedem nacheinander hier runter ganz ehrlich das tue ich mir nicht an die alle aufzüglichen oh man ich wollte ihm eigentlich vollen Arsch zu verpassen naja oh mein Gott alter verpist du dich ganz ehrlich ihr geht mal sowas von auf dem Sack guckt euch an wie viele das sind das gab es damals auf der Xbox noch nie oh mein Gott ey das ist so scheiße übertrieben schaut euch das an ganz ehrlich schaut es euch an ist das nicht behindert verpisst euch doch mal man ihr steht voll im Weg ihr scheiße Penner Alter solche Drecks arschen euch an wieso schreien die mir hinterher Spaß die Spaß die die sind doch die Spaß die sind ach komm ganz ehrlich leck mich am Arsch das ist doch so ne Scheiße Scheiße der Gay langsam ist es echt nervig und wenn ich das Spiel heute noch zu Ende aufnehmen will dann müsste ich auch mal entkommen wenn du rufklettern führst das hey da bleibt leck mich wenn man nicht bein klettern will dann kommt die zu verfickten Spaß an an boah ey das geht so auf den Nerv das ja richtig auf diese Scheiße so du erzählst erstmal gar nichts mehr meine scheiß Kollegen kriegen mich schon genug auf du kannst den Bogen mal wieder zurück tun du siehst mich eh nicht mehr ich hab mehr hier zu suchen als du also halt's mal so zack ähm drunter drunter bitte schneller Penner ey diese fucking gelehrten die genius offen ist euer Leben ist verwirrt anstatt dass die da bleiben damit ich mich immer hinter denen verstecken kann nein die helfen mir natürlich nicht weil ich nichts für die gemacht habe ja tsch 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 ey ich stand die ganze Zeit im Kreis kein Wunder dass ich die nicht tsch 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 t t br im br bla r r langsam gehts echt auf den Sack wenn wir schon im Attentat drin wären dann wäre das ja OK aber so dass es nicht nur nervig